Ja, die Pools, von Gerda sind da, das ist so ganz verrückt, die von 1956, für die Leiter und die Teenagers. Der nächste Song ist nicht ganz so alt, wir haben ihn vor ein paar Monaten live gehört von seinen Komponisten und genau der Band, die diesen Song fabriziert hat, Ray Collins Hot Club heißen die Jungs, wir sehen da hinten im Hintergrund rein, da wird schon das Sanzbein geschwungen, das können wir jetzt auch tun, ein Slow Twist, das ist was sehr, was sehr luxuriöses, Twisten ohne zu schwitzen, das geht auch in der engen Länge, das heißt, ihr müsst euch nicht vorab sprechen, wir sind auf der gleichen Seite alle angreifen, sonst habt ihr ungefähr 64 Höhenschäden. Also das heißt, einfach in die gleiche Richtung anfangen zu schwingen und dann zeigt uns mal, wie das in den Tüsten funktioniert. Ray Collins Hot Club, Gerda! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020